Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Alice Madness Ritöns und wir sind hier am Puzzlen und ich glaube, ich werde richtig fehlen, aber man soll ja immer positiv sein. Das sieht eigentlich gar nicht so schwer aus. Ja, sehe ich so. Geht doch. Und hepp. Und hepp. Ah, nicht daneben springen. So. Au! Autsch. Es war so klar, dass ich irgendwann daneben springen würde. Solche kleinen Steinchen sind einfach nichts für mich. Ich brauche große Dinge, auf die ich springen kann. Oder laufen von mir aus auch. Ich will erst den Zahn haben. Zähne. Ganz viele Zähne. So, hi. Die wilden Wespen belagern und sie kontrollieren die Gipfel von Osten nach Westen. Du musst sie besiegen, um zur Raupe zu gelangen. Ich muss wohl auf den Gipfel hinaufsteigen, denn er wird nicht zu mir kommen. Wir vertrauen darauf, dass die Raupe, die Seltsame, die Wunderbare, denen hilft, die in Not sind. Eines Tages werden wir es wissen. Reinheit des Herzens bedeutet nur eines zu wünschen. Um seinen heiligen Heim zu erreichen, musst du dich dem grausamen Daimios stellen, der uns den Zugang zu seiner Macht verwehrt. Ich öffne den Eingang in die heiligen Höhlen, wo deine Reise beginnt. Okay. Gut. Danke. Gruselig. Okay. Dann gucken wir mal. Oh, wir steigen in ein Bild. Oh, das ist ja cool. Das kann wie sonst auch springen, bewegen, springen, schrumpfen und auch schweben. Bin ich vorsichtig, um den Farn zu entgegnen. Okay. Cool. Das ist so cool. Ist das cool. Okay, in dieser Stelle hype ich echt. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsstelle oder so. Okay. Das ist ziemlich cool. Okay. Nur die Einsichtigkeit in die Gebiete ist ein bisschen schwierig, finde ich. Okay. 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 Jetzt hoffe ich aber nicht, dass ich das von vorne machen muss. Nee, Gott sei Dank. Ja, komm runter. Nee, so komme ich da nicht hoch. So geht das. Was ist da? Hoffentlich was Gescheites. Ein Pfirsich. Hm, yummy. Und das war's? Wahrscheinlich. Na gut. Dann haben wir wenigstens einen leckeren Pfirsich gegessen. Schrumpfen. Juhu. Es ist so komisch, der Controller vibriert die ganze Zeit und das ist so nervig eigentlich. Juhu. 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 Ups. Was gibt's da eigentlich noch? Oh, so nebenbei. Das nebenbei. Okay, das geht weiter. Äh! Lass mich hoch! Oh, fuck! Mein Pfirsich! Muhaha! So. Jetzt geht's hier weiter. Wieder ein Pfirsich! So. Okay, hier geht's nicht lang. Hätte ja sein können. Kann das eventuell sein, dass das hier überhaupt nicht lang geht? Sondern, dass es tatsächlich da weiter geht? Wartet mal. Gucken wir uns das Ganze doch mal an. Ja, sieht gut aus. Wie bereits gesagt, die Einsichtigkeit der Sachen finde ich ein wenig nervig. Weil man einfach vieles nicht so sieht, wie man es eigentlich erwartet. Ah, okay. Ich darf jetzt wieder da raus. Schade eigentlich. Das war ziemlich cool. Oh, da sind wir hier draußen. Juhu. Aber die, äh, ich finde das schon ziemlich cool, weil das ist mal was anderes. Nur Narren glauben, dass Leiden der Lohn fürs Anderssein ist. Okay. Und ich höre wieder eine Schnauze und ich sehe sie auch. So. 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 Verdammt. So, jetzt aber. Erinnerung. Ja, ja, klar. Du willst doch nur Geld. Mehr ist das doch nicht. Okay. Brennende Zeichen. Coole Scheiße. Ich wüsste gerne, was da steht. Aber mein Chinesisch ist leider nicht das Beste. Au, verdammt. Eigentlich kann ich gar kein Chinesisch. Aber ich vermute mal auch, dass es weiterhin Gedichte sind. Ich habe mich nicht. Und wie soll ich da hochkommen? Ach, da ist ein Pilz. Ah, jetzt wird es hier ein bisschen umgestellt. Gut. Nervt mich nicht. Habe ich euch doch schon gesagt, dass ihr mich nicht nerven sollt. Au. Autsch. Die ziehen so viel an. Das ist einfach nicht mehr angenehm. So. So. Ja, Gott sei Dank. Heilen! Ah, hier wäre auch Heilung gewesen. Na gut. So lange ich nicht jumpen muss, das ist alles kein Thema. So, da wo der Zahn ist und dann da drüber. Ja, haben wir sonst noch irgendwas lustiges? Gut. Stirb! Stirb ihnen, der Stirb! Hm. Okay. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Super. Oh, und da ist noch eine Flasche. Nein. So. Okay. Samurai, Tinten, Wispe. Au Nee, das geht nicht Ah Ich glaube, ich kümmere mich erst mal um den hier Aua Verdammt Ach, komm schon finde ich So haha So, wartet mal. Müssen wir raten, wir brauchen das dafür. Ah! Nee, das ist mir nicht. Ach, da ist noch einer. Den habe ich nicht gesehen. Gut, dann haben wir das auch erledigt und die Folge ist jetzt auch schon wieder um. Ja, traurig aber war, die Folge ist wieder um. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.